Ah, willkommen bei Sex and Seaf TV. Dein Name war? Alexa. Und deiner? Alexa Velvet. Ah, alles klar. Ihr habt ja so eine gewisse Namensähnlichkeit. Ihr seid aber keine Geschwister, oder? Nein. Gut, wir sind ja heute auch nicht hier, um eine Brawnung zu drehen. Hätte es ja gepasst? Nein, Quatsch. Wir sind heute hier in Zomia und wir haben heute bei einer ZDF-Produktion. Kennst du den Titel eigentlich? Nein, gute Frage. Kennst du den? Zeitnot. Zeitnot. Und ein starkes Team, glaube ich, hieß diese Produktion, oder? Ja. Genau. Du erinnerst dich ja, ich habe gestern bei Facebook gepostet, ich suche noch ganz dringend ein Mädel, was Po und Busen blank zeigt bei einer Produktion. Was hast du dabei gedacht, als du das gelesen hast? Und warum hast du dich überhaupt gemeldet? Weil Geldbrauchen. Geldbrauchen ist immer sehr gut. Wenn du das jetzt gelesen hättest, wie wären deine Gedanken gewesen? Mach ich mit. Mach ich mit. Finde ich gut. Sieht ihr? Muss man ganz kurz mal einschwingen. Ja, hier. Wenn ich also was poste, Jason Steele, melden. Ja. So, nochmal ganz kurz, wo kann man euch noch sehen? Zuhause. Wo kann man dich sehen? Diverse Filme, hier im Inso. Aha, aha. Ich glaube, wir haben dich auch schon mal gesehen bei ... GGG. John Thompson, richtig? Genau, bei der letzten Produktion im Januar erst. Richtig. Ah ja, gut, mein Gedächtnis ist also doch noch nicht so schlecht. Werden wir dich auch nochmal wiedersehen? Ja. Zumindest in einem normalen Film, so wie heute? Mal sehen. Mal sehen. Okay. Ich freue mich trotzdem, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank. Und vielen Dank, ja. So, exklusive Aufnahmen vom InsoMia. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Vielen Dank.